Halli Hallöchen, ich bin Isaac Clark und ich muss in die Krankenstation zurück. Oh Geld, mit mir Merlin! Halli Hallöchen! So, wir haben hier eine epische Schlachthitte uns gehabt, wie ich finde. War schon ziemlich krass. So, und wir müssen zurück zu diesem Shatter. Alter. Ne, zu diesem Monorail, oder wie das heißt. Warum ist hier alles dunkel? Gott sei Dank. Hey, ich wollte schon sagen. Mein Licht darf mich nicht verlassen. Eine Durchsage? What the fuck? Ist die automatisch, die Durchsage? Gibt es hier noch Lebende? Außer Daniel und die Frau, ich weiß nicht, wie die heißt. Oh Gott. Kann ich das öffnen? Warum kann ich das nicht öffnen? Oh doch, ich kann das öffnen. Mein Inventar ist voll. Nun aber, hör mal. Benutzen. Geht nicht. Entfernen. Ja. So, Tabulator wieder. Ich möchte die Munition. Ich möchte die Munition hier haben. Alter, willst du mich verarschen? Nochmal. Ich möchte das da weg haben. So, danke. Und das da möchte ich... So, danke. Munition ist, glaube ich, wichtiger. Wo muss ich hin? Ah, den Fahrstuhl natürlich. Kann nicht. Ich frage mich einfach nur, was sich dahinter... Ach, die Toilette. Wer ist everybody? Hier ist... Hier ist... Weird Noise. Alter, da flüstert doch jemand. Da höre ich... Alter, da höre ich mein eigenes Herz klopfen, ne? Alter, Finne. Ich höre doch hier jemanden reden, ne? Das ist so abartig. Eat me. Was? Dear Altman, we are... We here. Eat me. They ate my boy. I can't die. Here. Not yet. Not like him. Okay. Hier ist irgendwas Schreckliches passiert. Was ganz, ganz Böses. Ich möchte hier schnell wieder raus. Alter, da reden irgendwelche Geister. Willst du mich verarschen? Alter, ich kriege gleich einen Herz, Kasper. Das gebe ich doch gar nicht. Na, Fahrstuhl. Mach zu. Fahrstuhl sind immer sicher. Hoffe ich. Ja, der sieht mir sehr kompakt aus. So. Ich möchte einfach nur das Spiel schnell durchspielen, damit ich das alles schnell wieder vergessen kann. Oh boy. Wenn ihr in der Tafel ist, können sie Objekte im Safe ablegen, den sie bei ihrem Shop im Schiff aufrufen können. Kaufen sie neue Waffen, neue Gegenstände und im Shop legen sie weitere im Safe ab. Shop betreten. Es gibt einen Shop. Einen chinesischen vor allem. Oder japanischen. Mir egal. Shop betreten, Alter. Oho. Skivu. Eine Strahlenkanone. Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Militärische Sturmgewehr mit hoher Feuerrate, erweiterte Inventar, Slots und Panzerung. Oh, Anzug Level 2, aber sowas von. Jawohl, ja. Mehr Platz im Inventar. Los, rein da. Komm. Zack. Kriegen wir jetzt einen neuen Anzug oder was? Der neue Anzug. Lol. Der Helm hat sich verändert. Auf jeden Fall. Guck dir das an, das ist besser ausgerüstet. Lol. Haben wir jetzt einen Lebensbalken mehr? Nö, haben wir nicht. Schade, schade, Schokolade. So, können wir noch etwas kaufen? Plasma-Energie, medizinische Luftkanister. Star-Zepack. Nee, das braucht... Energieknoten für 10.000. Willst du mich verraschen? Ah. Inventar. Das kann man alles verkaufen? Lol. Den Plasma-Karte für 10.000 nie im Leben. Ich brauche den Plasma-Karte. Aber wir können das da einmal verkaufen. Verkaufen, ja. Sind sie sicher? Ja. Bin ich mehr. Jetzt habe ich wieder 10.000. Damit kann ich mir einen Energieknoten kaufen. Das finde ich gut. So, jetzt haben wir zwar nur noch 100. Hier können sie Gegenstände in den Inventar ablegen. Ja, das möchte ich gerne. Und wie mache ich das? In safe. So, in safe. In safe. In safe. Und den Rest könnten wir gebrauchen, finde ich. Ja. Dann haben wir ein paar Heel-Packs. Ich habe ziemlich viel Selbstvertrauen in mir. Aber, muss man schon sagen. Wir haben drei Slots mehr. Finde ich gut. Gibt es hier noch etwas? Oh, Werbung. Ja, eh klar. Bonitica. The world you never knew. There is always Peng. Und Sun Cola. Bring out the sun. Okay, da würde ich aber gerne... Wie heißt die? Sun Cola. Trink mir, damit ich die Sonne wieder erblicken darf. So, noch eine Werkbank. Finde ich gut. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite bestimmt. 100%ig. Jetzt haben wir einen Knoten, oder? Ja, wir haben einen Knoten. Jetzt kann man... Den Lebensbalken könnte ich erhöhen, aber... Ne, ne. Ich müsste dafür zwei Punkte investieren. Gehen wir mal zurück. Was macht denn der Plasma-Cutter? Da müsste ich auch zwei Punkte investieren. Das bringt mir nichts. Stase-Modul. Die Dauer. Die Dauer erhöht. Und zwei Punkte. Damit wird ihre Energie um 20 Punkte erhöht. Und ich glaube, unser Stase-Modul ist auch sehr wichtig. Aber ich möchte wieder in den Plasma-Cutter investieren. Weil ich glaube, der Plasma-Cutter ist schon von großer Bedeutung. Ja. Hier rein. Dann brauchen wir noch einen Knoten. Und dann können wir weiter rein investieren. Und wir kriegen auch etwas davon. Hundertprozentig. Ich habe den Plasma-Cutter echt lieb gewonnen. Aber mehr gibt es hier nicht mehr. Wir haben eine neue Ausrüstung. Das finde ich gut. Muss ich hier hin? Ja, anscheinend. Kann ich hier etwas snacken? Aufgabe erfüllt. Und wo muss ich hin? Kapitel 1. Neuzugänge. Also ist hiermit das Tutorial abgeschlossen. Fortschritt auf jeden Fall speichern. Da fragst du mich nicht zweimal hier. Ja, speichern wir. Kapitel 2. Intensiv- Intensivstation. Finden sie... Was? Ich wollte das gerade lesen. Wissenschafts-Deck. Krankenstation. Ach, wir sind da. Rechts. Dieser neue Teil. Die Krankenstation. Da sind bestimmt Leute. Also wenn da keine Leute sind, dann weiß ich auch nicht. Hallo. Oh. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Ich... Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Wir haben sie gerade beim Sterben zugesehen. Ein Chinesemodul. Setzen Sie die Chinesemodul. Setzen Sie die Chinesemodul ein, um Applete zu bewegen oder zu werfen. Mit F ergreifen. Du bist nicht umsonst gestorben. Das Chinesemodul wird mir bestimmt behilflich sein. Hundertprozentig. Da bin ich mir ganz sicher. Mit F. Lol. Kann ich das irgendwie auch wegschießen? Natürlich kann ich das wegschießen. Mit F. Ja, komm. Und weg damit. Aufräumungsarbeiten hoch 10 hier. Gibt es... Ne, das sind nur... Was für eine tragische Story hier. Iiiiii. 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 Iiii. Iiiiii. Download im Shop. Da möchte ich nochmal schnell zurück. Denn das, glaube ich, ist sehr wichtig. Was kann das Schema? Heruntergeladen Schema. Flammenwerfer. Ach, jetzt kann man einen Flammenwerfer kaufen. Für 11.000 Credits. Nice. Finde ich gut. Okay. Dann können wir ja jetzt zurück dahin in die Krankenstation. Sicherheitsstation. Alle Besucher müssen sich im Sicherheitsschalter eintragen. Okay, dann öffnen wir das in der nächsten Folge. Bis dann und schreibt es bitte eine Kritik, wenn ihr so weit geschaut habt. Soll ich weitermachen? Soll ich nicht weitermachen? Natürlich werde ich weitermachen. Was lauter ich da? Aber wie gefällt es euch? Soll ich lieber über ein Isaac-Clark-Stil reden? Also, als ob ich der Spieler wäre oder lieber meine Natur rausbringen? Das ist eure Entscheidung. Ich werde mich bemühen, das eure Kritik anzunehmen. Und ich würde sagen, bis demnächst und tschüss, tschüss, tschau. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke fürs y See you. Vielen Dank.